Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Rackcenter Tycoon. Ich habe gerade eine nasse Nase ins Gesicht bekommen, die Katze ist immer noch da, ja. Wir haben beim letzten Mal ja ein paar neue Räume gebaut, beziehungsweise die Räume sind noch dabei gebaut zu werden. Im Endeffekt bauen wir hier unser Bodybuilding-Areal hin, hier soll unser Klassenraum rein und hier kommt dann Cardio. Okay, das ist doof, wenn wir das so machen. Ähm, ja, ich finde es wirklich schade, dass wir keine Events gleichzeitig haben können. Das ist wirklich schade. Ah, naja. So, so. Genau, und hier bauen wir dann ja noch so einen Flur hin, der halt im Endeffekt so breit wird wie dieser hier, dass wir hier unten dann Herren- und Damen-Toilette mit duschen und alles, immer und können, dass es endlich vielleicht einen Ticken größer ist. Im Endeffekt wären das, also hier machen wir in etwa diese Höhe. Ich meine, das wären 55 Meter oder Blocks oder wie auch immer. Und das hätte ich zweigeteilt. Das müsste theoretisch gesehen reichen, hoffe ich. Äh, sonst wäre es echt doof, wenn die dann immer noch meckern von wegen, es gibt nicht genug Duschen. Und dann ist es mir auch ehrlich gesagt egal. Weil dann kann ich nichts mehr machen, Punkt. Sondern es ist ja cool, wenn sich darum jemand kümmern würde, um den Stromausfall. Ich meine, wir trainieren hier im Dunkeln. Ich weiß, im Dunkeln ist gut zu munkeln, aber ähm... Hm. Äh, egal. Genau, hier erweitern wir einfach Küchen- und Cafeteria-Bereich. Auch wenn er noch nicht unbedingt allzu voll ist, ist das, denke ich mal, doch schon eine ganz gute Idee, wenn wir den schon mal voll Cyber erweitern. Es kann ja sein, dass später irgendwann immer doch, keine Ahnung, 200 Leute gleichzeitig da sind, die mir halt mehr Platz haben. Ähm. Und dann auf einmal alle Hunger kriegen. Das ist irgendwie so... Man weiß es nicht. Man möchte ja auf alles mögliche vorbereitet sein. Ah, und dann schauen wir einfach mal. Mein Hals quatzt ein bisschen. Genau, und das mit den, ähm, Kursen und den Events, da müssen wir uns nochmal irgendwie was überlegen. Oder vielleicht arbeitet der Entwickler da auch gerade dran, dass man beides gleichzeitig machen kann. Was ich persönlich cool finden würde. Und ich weiß eben halt auch, dass andere das sich auch wünschen. Aber, ja. Ah, Feedback, na geil. Ähm. Ich weiß auch gar nicht, ob... Also machbar wäre es natürlich, aber... Vielleicht plant der Entwickler das auch nicht, was ich ein bisschen schade finden würde. Verschleunigen wir mal ein bisschen hier. Hm. Ich glaube, auf jeden Fall arbeitet er noch sehr viel da dran. Verbessert vieles, verändert auch schon einige. Was ich sehr gut finde. Ähm, danke. Ich hab wieder Licht. Ähm, ja. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was wir noch so... ...plant und vorhat. Ich wette, das ist jetzt wieder ein Event. Was wir sowas so nicht annehmen können. Oh, doch. Cool. Wann? Ha. Ja, das Problem ist natürlich auch, wenn wir unsere Kurse erst einen Tag vorher oder so ankündigen. Dann meldet sich ja keiner da wirklich für an. Und dann machen wir ja Verluste, was... ...nicht cool ist. Ich will keine Verluste machen. Aber du kannst... ...mal eben ein bisschen Catering machen, was wir noch... ...sechsmal essen. Hier brauchen wir schon mal. Und hier auch. Ja. Deswegen, das ist doof, dadurch geht es jetzt halt echt viel Geld durch den Lappen. Was wir sonst auch machen können, nicht manche in den Abendstunden haben. Wäre sowieso niemanden, dass wir sonst da unten ein bisschen Aerobics mit anbieten. Das geht halt nur für zwei Stunden immer. Das ist ein bisschen doof. Das wird dann einfach Aerobics und Boxen abwechselnd machen. Und dann hier in der Mitte das Freiheiten für eventuelle Events, die eventuell oder eventuell auch nicht stattfinden. Ja. Weil je besser natürlich auch unsere Bewertungen sind, desto mehr Leute kommen. Ja, funktioniert auch nicht. Also ich hatte jetzt schon 25 Leute angemeldet, die möchte ich auch nicht rausstornieren. Also Yoga mache ich auf jeden Fall jeden Morgen, weil Yoga bringt wirklich viel Geld. Im Endeffekt bringt Yoga für vier Stunden. Also 1700, den muss ich jeden Tag anbieten. Wenn ich nicht... Oh my God, meine Geräte sind kaputt. Geil. Kann ich ihn da wegnehmen? Ja, perfekt. Ja, ja, kriegst du eine Gehaltserhöhung. Ach Gott, bin ich langsam. Ja, wir müssen ja noch fünf Geräte reparieren. Oder allgemein zum Sachen reparieren, damit wir es endlich freischalten können. Deswegen ist es uns cool, dass wir jetzt ein paar Sachen kaputt sind. Also es ist nicht cool, dass es kaputt ist, aber gut, dann können wir endlich reparieren. Und kann ich endlich freischalten. Aber das ist echt dreckig. Oh, meine Geräte geht kaputt. Oh, meine Geräte geht kaputt. So, ich repariere jetzt einfach erstmal alles wieder. Oder auch nicht, weil es hier schon wieder klingelt. Wird auch nicht gehen. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Ja, erforsche es. Mein kleiner Manager. Wir können auch langsam was essen. Das ist doch mal die Folge vorbei. Jetzt weiß ich erstmal was. Wie bist du? Wo ist denn jetzt mein Manager hin? Ich habe mir verloren. Hallo? Ach, da oben. Manager wird vermisst. Dich, ich cię. Dich, ich habe mir verloren. Dich, ich habe mir verloren. Dich, ich habe mir verloren. Ich habe mir nicht mehr verloren. Ich habe mir ein bisschen verloren. Ich habe mir gefallen. Ich habe mir alles schön. Dust, ich habe mir als nächstes cool. Das Wasser kann ich ja immer komplett durchziehen. Und hier. So. Lorenz, wie immer. Juck mich nicht. Ich bin da schon wieder irgendwie rein. Oh. Ja. Das war messy. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, hier ist heute eigentlich auch wieder nur eine reine Umbauphase. Umbaufolge, besser gesagt. Ähm. Aber vielleicht wird es dadurch besser, dass wir endlich mal vier volle Sterne kriegen. Immerhin, wir waren ja schon auf dreieinhalb. Aber, ja. Dreieinhalb ist halt... Da sind halt nur dreieinhalb Sterne. Und ich möchte hoch hinaus. Ja, hier ist auch schon wieder was kaputt. Ja, hier ist auch schon wieder was kaputt. Hm. Ja, egal. Beschleunigen das alles jetzt nochmal. So. Und jetzt geht uns wirklich gerade ein bisschen das Geld aus. Wow. Wir haben noch zweieinhalb Sterne. Ja. Aber mit dem Yoga-Kurs sind die alle echt zufrieden. Also... Ja, du halt nicht. Aber du bist ne Ausnahme. Ja, jetzt kommt der Aerobik-Kurs. Den kennen wir, glaube ich, auch noch gar nicht so wirklich. Was sie da anders machen als beim Yoga, weiß ich nicht. Wie sieht das immer süß aus. Und immer schön den Trainer angucken. Ich find's süß. Ja. Wann ich nochmal einfach beschleunigen hier? Ja. 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 Ja-ja. Also, Bart, rote Haare und schwarze Kleidung. Ich nehme mal den. Ach, Duplikat. Ich möchte gerne den Mann haben. Danke. Und das geht einfach gerade alles kaputt. Cool. Ich habe keine Porten. Das ist wahrscheinlich eh wieder Low on the Funds und so. Das ist von wegen kein Geld. Und wenn uns jetzt keiner spürt, würde ich gerne wirklich alles reparieren. Weil es wird echt Zeit. Zwei Nachrichten. Ach so. Ja, gut. Ich muss noch ein bisschen sauber machen hier. Das macht ja keiner. Da wäre extra Leute eingestellt, die das sauber halten. Und da ist halt keiner sauber. Da habe ich auch zu wenig. 47 Prozent. Was ist denn drüber? Ich stehe jetzt aber weg. Lässt ja Kraft rüber gehen. Na? Da? Ja. Ich mach weiter. Hm. Ich mach ein. Ja. Ja, die Bälle müssen wir seit den Atmen haben. Dreck. Nagir ist auch low. Dabei hat er es ja auch gleich geschafft. Es wird auf jeden Fall alles sehr gut benutzt und wurde schon lange nicht mehr repariert. Das steht fest. Ja, ein Stromausfall. Ich muss einfach noch reparieren. Ich bin ein Stromausfall. 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 Und dann kann ich ihm nämlich sagen, er soll es von alleine reparieren. Ja, neuer Tag, neuer Kurs. Ach, guck mal. Jetzt machen die doch so spät noch Party. Das ist uncool. Dann machen wir einfach davor einen Boxkurs. Das ist mir jetzt auch gut. Das machen wir für vier Stunden. Wow, 76. Ja, machen wir einfach so. Ja. Wie gesagt, wenn wir halt Größe und Bereich haben, dass mehr Leute endlich die Kurse besuchen können, kriegen wir auch mehr Geld rein. Aber das dauert noch und das werden wir auf jeden Fall nicht in dieser Folge miterleben. Vielleicht eventuell in der nächsten. Zumindest würde ich die Folge erstmal hier auch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Und falls ihr keine weiteren Folgen von mir verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke und abonniert meinen Kanal. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.